An den Dienststellen des Landkreises USL und an den Rathäusern wehten die Fahnen am 10. Februar auf Halbmast. Anlässlich der Erdbebenkatastrophe in der türkisch-syrischen Grenzregion hatte das Bundesinnenministerium für diesen Freitag Trauerbeflaggung angeordnet. Sie gilt dem Gedenken an die Opfer und Angehörigen in den betroffenen Gebieten. Die Erdbebenanfang der Woche waren die schwersten seit mehr als 20 Jahren in der Region. Sowohl auf türkischer als auch auf syrischer Seite wird bislang von tausenden Toten und zehntausenden Verletzten berichtet. Das Auswärtige Amt informiert auf seiner Internetseite über die Erdbeben- und Spendenmöglichkeiten.